Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Create Life. Falls ihr es noch nicht bei CastCrafter gesehen habt, Leute, der Hafenkran ist fertig. Und guckt euch dieses krasse Design an, was Heiko entwickelt hat. Er hat den Kanal nochmal, den Kran nochmal poliert. Bis aufs Maximum. Schaut euch das an. Und was ich halt richtig, richtig geil finde, ist, dass Cast mit so einem Wissen über Redstone diese Belts hier noch eingebaut hat, die den Kran realistisch bewegen. Das heißt, die bewegen sich mit dem Kran mit. Und es sieht so aus, als ob der Kran auf den Dingern drauf läuft. Und das ist einfach nur Wahnsinn, was der Junge kann. Ich finde es echt beeindruckend, Leute. Und ich finde, ihr solltet definitiv auch auf seinem Kanal gehen und mal ein Like unter seiner Folge dalassen dazu. Den hat er sich nämlich definitiv verdient. Oh mein Goodness. Schaut es euch an. Wir werden jetzt ein Experiment machen. Wir werden diesen Kran jetzt erstmal laufen lassen und schauen, was passiert, was sich ergibt. Aber aktuell ist er jetzt erstmal so fertig. Ihr seht, es funktioniert. Ihr seht, die Container werden von dem Kran korrekt verladen und auf dem Schiff beladen. Soweit. Dann werden sie hier entladen. Oh, herrlich, so viele Ladenworte. Ja, und das Boot, das Schiff macht dann sein Turnaround hier und geht jetzt wieder auf See. Oder sticht in See, wenn man es so sagen möchte. Also, das Ding, das wir laufen. Hier sind noch ein paar Details drin. Zum Beispiel hier das Wasser. Das können wir nochmal so schöner machen. Auch das Hafenbecken. Toll designt. Und wie geht es jetzt weiter? Wir werden weiter mit Kars zusammenarbeiten. Denn irgendwie haben die letzten Wochen gezeigt, oder die letzten Tage gezeigt, mit Kars zusammenzuarbeiten, macht mega Spaß. Und wir werden noch ein paar coole Sachen vorhaben. Und zwar wollen wir als nächstes einen Save bauen. Und zwar einen vollautomatischen Save, wo wir eine Keycard haben. Ähnlich wie bei dem letzten Create Live. Natürlich nochmal zehnmal besser als beim letzten Mal. Und hier wird dann so ein Save entstehen. Also verpasst das nicht. Seid dabei in den Livestreams. Wir sind meistens immer abends live. Und ich freue mich auf euch. Wir haben aber jetzt ein anderes engagiertes... Engagiertes? Äh, nicht engagiertes. Wir haben ein anderes... Mir fehlt das Wort gerade nicht. Mhm, 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 Projektvor. Nicht engagiert? Ich habe jetzt gerade echt das Wort vergessen. Ein anderes... Nicht engagiertes. Es ist ein anderes... Arrangiert? Nein. Ambitioniert? Nein. Ein... Mhm. Ich komme nicht auf das Wort. Tut mir echt leid. Ich weiß nicht, warum ich da nicht... Ehrgeizig. Ein anderes ehrgeiziges Projekt vor. So, gute Nacht. Und zwar... Das wird jetzt ziemlich hart. Wir müssen eine Weiche umschalten. Und zwar im richtigen Moment. Denn, ihr seht, der Zug hat sich ein bisschen verbröselt. Und wir müssen diesen Zug jetzt über diese Weiche hier hinausschicken. Während da vorne noch ein Stückchen des Zuges hinterher hinkt. Und sobald der Zug über die Weiche gefahren ist... 3, 2, 1... Jetzt aktivieren wir die Weiche. Wo ist der andere Teil des Zugs? Es fehlt jetzt noch ein Teil des Zugs. Äh... Wo ist der? Moment, 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 Moment. Moment, Moment. Things are going wrong. Dinge sind wrong. Stopp. Es fehlt... Es fehlt... Ah, da. Da, 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 da. Da ist der Missetäter. Seht ihr? Der Zug hat sich ein bisschen verfahren. Das ist aber auch noch nett ausgedruckt. Ähm... Der Zug hat sich richtig ordentlich verfahren. Der hat sich irgendwie da aufgehangen. Wir gehen mal davon aus, dass es vielleicht ein Skelett ist. Oder irgendwelche Monster sich gegenseitig angegriffen haben. Ich hab keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich denk mir nur... What the fork? Ja, egal. Und wir hoffen, dass wir es jetzt hinkriegen, dass wir diesen hinteren Teil aus dem Verkehr ziehen, ohne dass alles gleich kaputt geht. Äh... Deshalb machen wir die Werkstatt mal ganz kurz. Gucken wir mal eben. Einmal... Rollen. Okay. Dies Ding ist bereit. Wir werden jetzt den hinteren Teil einfahren lassen. Dafür ist auch die Weiche hier umgestellt. Und genau aus diesem Grund bin ich froh, dass wir diese Mechanismen haben. Dass wir jetzt quasi, während noch der andere Zug hier im Bahnhof steht und so, können wir nun diesen hinteren Teil, der kaputt war, aus dem Verkehr ziehen. So. Der fährt jetzt hier in die Werft ein. Also in die Zugwerft, ins Zugbetriebsgebäude. Die Weiche müsste von alleine jetzt gleich wieder umschalten. Hoffentlich. Bitte. Tut sie. Schön. Und der Zug sollte sich jetzt automatisch hier in der Werft disassembled haben. Tut er. Okay. Haben wir irgendwo ein fehlendes Teil des Zuges, was uns dagegen kommt? Nein. Also ihr seht, wenn die Technik läuft, dann läuft sie auch hundertprozentig zuverlässig. Und das hat sie gut gemacht. Ja, hat sie sogar sehr gut gemacht. Ihr seht, der Zug wurde jetzt hier perfekt disassembled. So. Und das ist gut. Nö, sie wurde nicht disassembled. Warum wurde er nicht disassembled? Ich glaube, es hat was damit zu tun. Nö, keine Ahnung. Vielleicht liegt es hier an. An der Achse. Stopp. Jetzt haben wir es. Okay, jetzt hat er. Jetzt ist er hier auf der richtigen Schiene disassembled worden. Juhu. Also wir werden da nochmal Sparky fragen, ob er nochmal den mit seiner Kanu zusammenschießen kann. Jetzt ist aber richtig disassembled, ne? Ja, sieht gut aus. Ich nehme das Minecraft jetzt auch nochmal hier aus Sicherheitsgründen raus, um zu verhindern, dass hier irgendwie ein Ärgernis entsteht. Das ist ein bisschen problematisch. So. Sieht gut aus. Und damit sei das Problem jetzt auch wieder abgeschlossen. Ja, glücklich, glücklich, glücklich. Okay. So, ich lege mal die Züge hier rein. Das tue ich mal in die Kiste von Sparky rein. Wo ist der, ähm, die, die, die Kupplung? Hat mir nicht eine Kupplung hier irgendwo noch gerade liegen? Ich glaube, ich bin blind. Ey, hundertprozentig. Da war eine Kupplung. Oder habe ich sie gerade? Kann auch sein, dass ich sie schon in die Kiste gerade getan habe. Okay, die Weiche hat wieder geschaltet. Das bedeutet, es wird nun ein Zug als Vollzug fahren und ein Zug als Kurzzug fahren. U-Bahn-Fahrer werden sich, äh, werden sich freuen. Okay, wunderbar. Meine Damen und Herren, aber es soll noch was heute passieren. Und zwar möchte ich euch gerne etwas zeigen. Etwas, was ich entworfen haben werde. Und das sieht dann so aus. Das hier. Das ist eine herrlich komplizierte Redstone-Schaltung. Und ich erkläre sie euch jetzt. Und ich hoffe, liebe Leute, ich hoffe sehr, dass ihr sagt, Wow, das ist ja mal wirklich Big Brain. Diese Schaltung hier ist eine mathematische Schaltung. Sie macht nichts anderes als Subtraktion. Das bedeutet Minusrechnung. Ganz einfach. Ähm, wir halten Saves später. Das ist so eine Save-Kabine. Und diese Save-Kabine soll dann verbunden sein mit einem automatischen Kran. Das machen wir mal hier. Keine Ahnung. Machen wir es ganz billig. So, zack. Hier unser Kran. Der wird sich die nehmen. Er soll sie sich mal nehmen. Machen wir es mal schön hier so. Schön mit einem kleinen Haken. Und der Haken gönnt sich das Ding mal. So. Das hier ist unser Ding. Und das Ding soll jetzt in einem Lager einsortiert werden. Das ist wie ein großes Regal. Ihr müsst euch vorstellen, das Regal wird später unterirdisch sein. Und zweidimensional sein. Das ist unser Regal. Wenn ihr jetzt meine Maus euch mal anguckt, ist quasi hier oben die erste Position. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das Ding hat drei Reihen. In jede Reihe passen fünf von diesen Containern rein. Okay. Und die erste Position ist die Position, wo man auf das Ganze zugreift. Das heißt, hier greife ich darauf zu. So. Das Problem ist, wir müssen das jetzt ja irgendwie speichern, in welche Reihe wir gehen. Und dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Wir machen 15 Speicherpositionen plus diese eine, die hier oben ist. Diese eine, die hier oben ist, ist die nullte Speicherposition. Das ist quasi Position Nummer eins. Und diese Position ist quasi der Ein- und Ausgang. Das heißt, insgesamt können wir 14 Regale in unserem Lagersystem, in unserem Safe-System lagern. Habt ihr das verstanden? 14 Regale. Oh Gott, das ist schon wieder so kompliziert. Aber das müsste eigentlich jeder von euch checken. Wir haben, wir haben folgendes. So, eins. Das ist jetzt eine Position im Regal. Das Ganze haben wir einmal. Haha, kompliziert. Warte. Paint. Mach keinen Mist. Hilf mir. Paint, 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 paint. Komm, komm, komm. Eins. So, eins. Zwei. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, Leute. Eins, zwei, drei. Ich gebe mir richtig Mühe. Vier. Fünf. Ja. Und dann das Ganze. Paint ist wirklich mies. Eins. Übereinander. So, das ist unser Regalsystem. Und die einzige besondere Position ist die hier oben. Und zwar hier oben ist eigentlich eine Position, wo kein Regal sein darf an dieser Stelle, weil das ist der Zugriffspunkt. Das heißt, von dort aus können wir auf unser Regal zugreifen. Okay. Und jetzt kommt der Spaß. Wir geben dem Nummern. Und die Nummern machen wir wie folgt. Eins, zwei, drei, vier. Nächste Reihe. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nächste Reihe. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Und jetzt kommt's, jetzt wird's lustig, Leute. Jetzt kommt der schöne Spaß. Wenn ich jetzt, ähm, ein Regal haben möchte, muss ich ja in zwei Richtungen gehen. Und zwar einmal nach unten. Das ist Richtung eins. Ja. Da. Und ich muss zur Seite gehen. Das ist Richtung zwei. Versteht ihr das? Ich muss einmal nach unten gehen und zur Seite gehen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Numero sieben haben möchte. Ja. Oder, oder lass uns, lass uns die Nummer zwölf nehmen. Ja. Nummer zwölf. Ich möchte gerne die zwölf erreichen. Das heißt, ich muss zwei nach unten und zwei nach rechts gehen. Habt ihr das verstanden? Am Anfang sind wir, unser Kran ist quasi hier. Der muss eins, zwei nach unten, eins, zwei nach rechts. So. Und woher soll der jetzt bitte schön wissen, dass das die zwölf ist? Ich zeig's euch. Ich erklär's euch. Und zwar, ähm, zwölf geteilt durch fünf. Was macht zwölf geteilt durch fünf? Oh, das habt ihr in Mathematik schön gelernt, ne? Was könnt ihr denn rechnen? Ihr könnt zehn geteilt durch fünf rechnen. Zehn geteilt durch fünf ist einmal zwei. Und es bleibt ein Rest. Und der Rest ist zwei. Oh. Das heißt, wir gehen zwei nach unten und zwei zur Seite. Oh. Merkt ihr was? Merkt ihr was, Leute? Wir können einfach geteilt durch mit Rest rechnen. Und zwar immer durch fünf. Okay. Nehmen wir uns mal eine andere Zahl. Nehmen wir mal die acht. Ja. Um die acht zu erreichen, regen wir hier ein. So. Acht wird eingesetzt in die Rechnung. Acht. Da kann ich einmal fünf reinmachen. Das heißt, fünf geteilt durch fünf ist eins. Rest. Fünf. Sechs, sieben, acht. Drei ist der Rest. Ich gehe ein nach unten, drei zur Seite. Eins, zwei, drei. Bingo. Das heißt, ihr seht, indem ich geteilt durch fünf mit Rest rechne, kann ich quasi herausfinden, zu welcher Zahl ich möchte. Und meine Damen und Herren, Redstone hat verschiedene Stärken. Das heißt, die acht, haben wir gerade gesagt, ist eins nach unten und drei zur Seite. Also stellen wir jetzt mit diesem Repeater ein, dass die acht, da oben steht es, seht ihr, Power 8 ist jetzt unser Input. Wir haben gerade ausgerechnet, eins nach unten, drei zur Seite. Ich drücke auf den Knopf und das Ding fährt eins nach unten. Eins, zwei, drei zur Seite. Da ist die Position acht. Und das Ding hat jetzt Position Nummero acht gefunden. Und das macht diese Schaltung. Das hier ist eine Rechenschaltung. Und diese Rechenschaltung macht nichts anderes als folgendes. Wir haben hier zwei Komparatoren. Die können ein Signal speichern. Wir können jetzt hier irgendein Signal eingeben. Pass auf, pass auf, pass auf. Zack und zack. Wir geben jetzt hier eine Stromstärke rein. Die wird gehalten. Wir geben zum Beispiel diese Stromstärke rein. So ein bisschen. Hallo. Ja, wenn wir es jetzt noch richtig rumbauen. Nur so ein Tipp. Wenn ihr was richtig baut, funktioniert es auch. Dankeschön. Tipp Ende. Wir lassen jetzt eine Stromstärke reinlaufen. Ihr seht jetzt, hier ist, sehen wir hier oben, Power 8 drin gespeichert. Wir werden jetzt hier einen Rechtsklick drauf machen. Hier einen Verstärker dran setzen. Einen Komparator. Den einen Rechtsklick machen. Hier einen Komparator dran setzen. Und uns ein Leaver nehmen. Und ich baue jetzt mal eine kleine Schaltung nach. Und zwar diese Schaltung hier. Den hier mache ich auf 10. Ja, der hier ist auf 10. Und ich mache mal hier einen Verstärker hin. Zweimal Redstone hier hin. Und einmal hier einen Verstärker auf zweiter Stufe hin. Und... Oh, ich mache es so kompliziert. Schön kompliziert. Ich erkläre es euch. Mein Job ist es, euch hier diese schwere Technik zu erklären. Ich möchte, dass hier jeder von euch das versteht. Jeder. Und ich glaube, das mit der Rechnung habt ihr gerade schon verstanden. Ihr fragt euch nur, wie zum F*** geht das in Minecraft. Ich zeige es euch. So. Und zwar haben wir hier eine sehr interessante Schaltung. Schauen wir uns erstmal diesen einen Teil der Schaltung an. Der ist super, super wichtig. Und zwar, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Komparatoren können rechnen. Das, rechtsklick drauf macht. Das, was hinten reingeht, wird minus dem gerechnet, was rechts reingeht. Und dann kommt hier vorne das Ergebnis raus. Hinten geht 14 rein. Minus 12. 14 minus 12 macht 2. Genau. Und vorne kommt 2 raus. Das machen Komparatoren. Und diese Schaltung hier. Macht folgendes. Wir können bei dieser Schaltung hin und her schalten, was hier für ein Strom rauskommt, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Und zwar mit diesem Schalter. Mit diesem Schalter können wir quasi ein unterschiedliches Signal hier rauskommen lassen. Wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, kommt hier raus. Habt ihr es gesehen? Achtet mal hier oben auf diese Ecke, was rauskommt. Es kommt. Boah, ist schwer zu erkennen. 5 raus. Ich mache das mal ein bisschen länger. Achtung. Seht ihr? Power 5. Es kommt 5 raus. Seht ihr? Jedes Mal, wenn ich drücke, kommt 5 raus. Und wenn ich jetzt den Schalter hier umlege, kommt was anderes raus. Und zwar 1. Seht ihr das? Jedes Mal, wenn ich die Knopf drücke, kommt hier 1 raus. Seht ihr das? Gut. Woran liegt das? Nein. Der Verstärker macht 15. 15 geht in den hier rein. Und von der Seite geht was rein? Aktuell ist der Verstärker, Jan. Also 15, 14. 14 geht hier durch, geht hier rein. 15 minus 14 ergibt 1. Das heißt, wenn der Schalter umgelegt ist, geht hier immer 1 raus. Wenn der Schalter allerdings nicht umgelegt ist, was geht denn dann rein? Ihr seht, es geht 10 rein, weil dieser Liefer steht auf 10. 15 minus 10 macht 5. Das heißt, wenn dieser Schalter so ist, wird in 5er Schritten gerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt mir meine Technik wieder hier baue, warte mal, oh, zack, wir bauen hier diese beiden Komparatoren rein, die halten ja in Strom und ihr seht, der hier steht schon auf Minus und Plus rechnen, können wir jetzt entweder in 1er Schritten oder in 5er Schritten rechnen. Das ist schon der ganze Trick. So, auf der Schaltung sind jetzt, machen wir ein bisschen mehr drauf, auf der Schaltung sind jetzt 12. Ihr seht, Power 12. Das ist jetzt gespeichert hier drin, okay? Und wenn ich jetzt auf den Modus stelle, wo wir in 5er Schritten rechnen, dann seht ihr, Power 12, drücken wir auf den Knopf, minus 5 macht 7 und nochmal, minus 5 macht 2 und jetzt gehen wir auf 1er Schritte, 1er Schritte, jetzt drücke ich nochmal auf den Knopf, jetzt wird die Nummer 1 und Strom aus. So, und die Frage ist jetzt, woran weiß ich, ob ich jetzt in 5er Schritten rechne oder nicht in 5er Schritten? Ja, sobald das, was hier drin ist, größer als 5 ist, soll das Ding in 5er Schritten rechnen. Das heißt, wir aktivieren wieder die Schaltung. Jetzt gerade ist 6 drin gespeichert. Das ist ziemlich gut, dass da 6 drin gespeichert ist. Machen jetzt hier einen Komparator, lesen das aus. 6 und wir rechnen das jetzt minus 4. Das heißt, wir müssen jetzt quasi 6 minus 4 rechnen. Dazu nehmen wir uns einen Schalter, machen auch wieder hier Minus-Modus und geben 4 hier ein. 6 minus 4 macht 2, ist größer als 5. Und weil das Ganze größer als 5 ist, schalten wir diesen Schalter hier vorne aus. Das machen wir, indem wir einfach hier eine Fackel hinsetzen. Das heißt, solange diese Zahl, die nun hier ist, größer als 5 ist, wird in 5er Schritten gerechnet. Können wir jetzt machen. Ihr seht, 6 minus 5 macht 1. So, jetzt ist diese Zahl nicht mehr größer als 5, sondern die ist kleiner als 5. Und aus diesem Grund schaltet diese Technik um und wir rechnen jetzt in 1er Schritten. Das heißt, wenn wir jetzt eine andere Zahl hier wieder eingeben, können wir jetzt quasi von alleine in verschiedenen Varianten arbeiten und rechnen. Wir sehen jetzt hier ist 11 drin. Ja, machen wir eine andere Zahl. Nehmen wir mal 13. So, jetzt ist 13 hier drin. Seht ihr das? 13. So, ich drücke auf den Knopf, es wird minus 5 gerechnet. 8. Ich drücke nochmal auf den Knopf, es wird minus 5 gerechnet. 3. Und ab jetzt wird minus 1 gerechnet. Ich drücke drauf. 2. Ich drücke drauf. 1. So, und das können wir erkennen. Und zwar anhand dieser Fackel können wir quasi noch zusätzlich folgendes machen. Wir können hier einen Repeater hin und her schalten. Je nachdem, ob gerade minus 5 oder minus 1 gerechnet wird. Und das Ganze können wir auch mit dem Knopf ineinander auf Verbindung setzen. So, und je nachdem wird dann mal ein Signal entweder hier oder hier rausgegeben. Das heißt, ein Signal wandert entweder in diese Richtung oder in diese Richtung. So, und das Ganze soll diese Apparatur, sobald sie Strom macht, von alleine machen. Das heißt, wir schließen jetzt an diese Schaltung hier eine Glock an. So, zack. Glock. Na, warte mal, die müssen wir ein bisschen anders bauen, die Glock. So, schließen wir eine kleine Glock an. Diese Glock macht folgendes. Sobald die Strom bekommt, fängt die an, sich die ganze Zeit zu drehen. Und was jetzt der Knopf hier gemacht hat, soll die Glock von alleine machen. Bup, 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 bup. Und das soll sie so lange machen, solange hier Strom drauf ist. So, fertig. Und damit ist die ganze Apparatur fertig. Wenn wir jetzt eine Zahl hier reinpacken, liebe Leute. Wir packen mal, äh, ich mach mal die Glock noch aus. So, Glock ist aktuell weg. So, jetzt ist eine Zahl reingepackt worden. Und zwar, ihr seht, die 11. Ja, oder, na, ich mach mal lieber eine etwas höhere Zahl. Nehmen wir mal die 15. Ja, die 15 ist die einzige Zahl, die nicht funktioniert. Aha, der einzige Fold in der Schaltung. So, 14. Nehmen wir die 14. 14 ist gut. So, was passiert? Wir können jetzt, also jetzt würden wir hier den Strom schließen. Die Glock läuft. Und wir sehen, es kommt jetzt 1, 2 mal rechts raus. 14. Jetzt kommt noch 1, 2, 3, 4 mal links raus. Und das hat die Schaltung jetzt richtig ausgerechnet. Die Schaltung hat gerade 14 geteilt durch 5 gerechnet. 14 geteilt durch 5 ist 1, 2, 2 und Rest ist 1, 2, 3, 4. Das heißt, die Schaltung, okay, jetzt hat es beim 4. mal nicht geblinkt, weil ich gerade noch einen kleinen Fehler habe. Aber 14 geteilt durch 5. So, 2 mit dem Rest 4. Und nichts anderes macht diese Schaltung auch. Und jedes Mal, wenn eine Zahl ausgerechnet wird, geht dieses Ding immer hin und her. Das heißt, wir können jetzt auch hier die 14 reinmachen. Und wir erhalten als erstes die tiefe Achse. 1, 2 und 4. Rest 4. 1, 2, 3. 4. Habt ihr es verstanden? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt wird, der Rest ist, wie man, jetzt sage ich nur ein schönes Wort, trivial. Also der Rest ist einfach. Was passiert? Wenn diese Schaltung fertig ist, dann soll hier eine Fackel angehen. Und die Fackel soll nichts anderes machen, als entweder sich ein Ding zu nehmen oder ein Ding wieder zurückholen. Und also quasi hier ins Regal etwas rein zu pushen oder aus dem Regal etwas raus zu ziehen. Und dann muss nur noch resettet werden. Das Ding muss eigentlich nur noch wieder zurück nach oben kommen. Und eine Tür wird sich öffnen. Und zwar eine geile Tür, weil ihr das Video jetzt bis zum Ende geguckt habt. Zeige ich euch das mal. Dafür wird es ein kleines Tutorial geben, wie man diese Tür baut. Geile Tür? Ja oder nein? An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und klappe zu. Ciao Leute. Ciao Leute. Nur Nerd. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Ciao Leute. Vielen Dank.